Stigmatisation bezeichnet das Auftreten der Wundmale Christi am Körper eines lebenden Menschen. Die entsprechenden Wundmale werden als Stigmata, Menschen, bei denen Stigmatisation auftritt, als Stigmatisierte bezeichnet. In der Antike bezeichnete man mit Sigma Toigama Mu Alpha einmal Zeichen, das auf die Stirn oder die Hand eingebrannt wurde. Geschichte Bereits im Brief des Apostels Paulus an die Galater werden die Wundmale Christi erwähnt. Ich trage die Zeichen Jesu an meinem Leib. Wobei allerdings die Deutung dieser Zeichen unsicher ist und sie vermutlich nicht äußerlich sichtbar waren. Träger der Wundmale Christi Der erste anerkannte Fall von Stigmatisation ist der des HL. Franz von Assisi Seine Stigmatisation soll sich am 17. September 1224 ereignet haben. Die erste Frau, die Stigmata erhielt, soll die selige Christina von Stommeln gewesen sein. Deren Reliquien sich heute in Jülich befinden, am Schädel der Seligen sind Spuren einer Dornenkrone zu sehen. In der Folgezeit gibt es vermehrt Berichte über Stigmatisationen, die seither einen wichtigen Bestandteil von körperlichen Erfahrungen der christlichen Mystik darstellen. Die Zahl der bekannten Stigmatisierten schwankt je nach Autor zwischen 100 und über 330, da genaue Kriterien fehlen. Was unter Stigmatisation zu verstehen ist. Die Anzahl der Träger mit den sichtbaren und spontanen Blutenden Wundmalen Christi dürfte 100 nicht überschreiten, der Arzt Franz Lothar Schleyer wies. 1948 für eine medizinische Studie knapp 70 gesicherte Fälle nach. Zu den bekannten Stigmatisierten der neueren Zeit zählen die selige Anna-Katharina Emmerich, Therese Neumann aus Connersreuth, der HL, Pater Pio und Marte Robin. Der Arzt Wolfgang Gawillmann erstellte eine vergleichende Studie über die Visionen dreier Stigmatisierter. 13 Stigmatisierte wurden von der römisch-katholischen Kirche heilig und einige weitere selig gesprochen. Die katholische Kirche wertet eine Stigmatisation nicht automatisch als übernatürlich oder als Erweis von Heiligkeit. Bei selig und heilig Sprechungen wurden Stigmata entweder nicht oder nur am Rande erwähnt. Einige der neuzeitlichen Stigmatisierten mussten sich mehrfach medizinischen Untersuchungen von weltlicher und kirchlicher Seite unterziehen, um eine Selbstbeibringung ihrer Wunden auszuschließen. Beispielsweise wird berichtet, Handwunden von Anna-Katharina Emmerich seien fest verbunden und von einer Kommission Tag und Nacht beobachtet worden, ohne dass sich an ihren Blutungen etwas beändert habe. Luise Latto ist einer der am besten dokumentierten Stigmatisationsfälle, ihre Stigmata sollen an Freitagen geblutet haben. Rudolf Wilchus, der allerdings das Angebot, sie persönlich zu untersuchen, ablehnte, hielt sie für eine Betrügerin. Die heilige Veronika Giuliani, die am Karfreitag 1697 an Händen, Füßen und Herzen stigmatisiert wurde, trug nur die Wundmale an den Händen und Füßen, nicht aber an der Seite. Bei der Sektion nach ihrem Tode durch zwei Ärzte in Gegenwart zahlreicher Zeugen fand man angeblich jedoch ihr Herz ganz durchstochen. Erklärungsversuche Einige Mediziner und Theologen gehen von einer überwiegend natürlichen, psychogenen Ursache der Stigmatisation aus. Andererseits gelang es dem ehemaligen Zauberkünstler und Privatdetektiv Joni Kell nicht auch nur einen einzigen Fall zu finden, in dem das Einsetzen von Blutungen beobachtet werden konnte. Eine aus der Psychiatrischen Klinik der Universität München stammende aktuelle Interpretation eines Untersuchungsberichtes aus dem Jahre 1927 über Therese Neumann kommt zu dem Ergebnis, dass die Stigmata im Rahmen einer psychosomatischen Symptombildung auf dem Hintergrund intensiver religiöser Fantasien spontan, d. h. ohne Manipulation entstanden seien. Untersuchungen zeigten, dass durch Hypnose immer wiederkehrende Unterhautblutungen entstehen und nicht heilende Wunden wieder verschwinden können. Möglicherweise ist die Stigmatisation verwandt mit dem Blutschwitzen und Blutweinen, bei denen eine natürliche Ursache gesichert scheint. Bei diesen Phänomenen treten allerdings keine offenen Wunden auf, sondern das Blut tritt direkt über die unverletzte Haut aus. So wie es auch bei einigen Stigmatisierten von Blutungen der Stirn- und Kopfhaut berichtet wird. Umstritten sind allerdings psychische Mechanismen. Beispielsweise wird behauptet, dass offene Wunden über viele Jahre hinweg nicht halten, sich aber auch nicht entzündeten oder eiterten und dies medizinisch nicht erklärt werden könne. Aus der medizinischen Anwendung von Dauerkathetern ist bekannt, dass die Infektionsanfälligkeit bei dauerhaften, tiefen Verletzungen der Haut von Patient zu Patient sehr unterschiedlich ist. Es gibt Fälle, bei denen über Jahre oder Jahrzehnte hinweg keinerlei entzündliche Veränderungen auftreten. Für einen Blutfluss entgegengesetzt der Schwerkraft, wie es zum Beispiel bei Anna-Katharina Emmerich berichtet wird. So wie ähnliche paranormale Phänomene fehlen objektive Beweise. Handstigmata sind in der Regel auf der Handinnenseite oder dem Handrücken zu sehen. Es gilt heute jedoch als wahrscheinlich, dass bei Kreuzigungen der Nagel in der Nähe der Handwurzel zwischen L und Speicher des Unterarms eingeschlagen wurde. Interessant hierbei ist, dass die Wunden bei Stigmatisierten meist so auftreten, wie diese in diesem Kulturkreis bekannt sind. Zeigt ein Kulturkreis also Stigmata am Handrücken, dann haben die Personen dort Wunden am Handrücken. Werden hingegen Wunden an den Gelenken dargestellt, treten sie dort auf. Filme Das Thema der Stigmatisation wurde in mehreren Filmen aufgegriffen. Agnes of God Stigmata Butterfly Effect Der Exorzismus von Emily Rose Ich weiß, wer mich getötet hat. Gerät Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.